Ich bin früh aufgestanden und ich bin einkaufen gegangen mit dem Auto. Und ein Auto war parkiert auf der linken Seite und dann plötzlich läuft das Auto nach unten, ein Schreck auf die andere Straße. Plötzlich habe ich gesehen, da läuft ein alter Mann und ich sehe, dass ich ein Leben in Gefahr und ich habe Vollgas auf das Mini-Auto gegeben und ich habe das Auto geschlagen und der alter Mann ist mit einer leichten Verletzung gegangen ins Spital. Also in dem Moment in meinem Kopf gegangen ist nur ein Leben in Gefahr und ich konnte einfach nicht sehen, dass ein Auto schlagt, einen Mann und totet und ich unternehme nichts. Ich kann nur vermuten, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, dass es etwas Schlimmeres passieren könnte. Oder vielleicht, das ist meine Meinung, vielleicht könnte auch der alte Mann auch tot sein. Also für mich, ich habe nicht gedacht, dass mir etwas Schlimmes passieren würde. Ich habe für mich in dem Moment nie gedacht. Und ich habe für mich in diesem Moment ido geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020